Hallo und herzlich willkommen bei einem, ja, Mini-Spiel-Test, ich weiß was ich. Das macht ein Test spezial. Irgendein Name fällt uns dazu noch ein, während wir dazu in die Beschreibung unterschreiben. Also, ich. Denenst Risiko auf Eis. Genau. Das eiskalte Spiel. Ähm, wir sind hier gerade bei meiner Welt am Bauen. Äh, so ein Ding werdet ihr vielleicht nochmal sehen, vielleicht nicht mehr sehen. Oh Gott, ist das schwer. Ähm, wie ihr sehen könnt, ist André da oben auf dem, ähm, Ding, auf dem Eis, Ding, was auch immer das darstellt. Oh Gott, mein Gott, die Sau. Äh, und, das ist, es geht darum, also, das ist super simpel, ich muss ihn, das auch noch, ich muss ihn eigentlich nur mit dem Bogen da runterschießen, während er in Survival ist. Es geht da gar nicht darum, dass er mich mit dem feilt, nein, ich werde wahrscheinlich runterfallen, weil das hier oben Eis ist, wo ich draufstehe. Ja, also, er soll runterfallen, jeder hat drei Leben, also drei Versuche, der oben drauf ist. Mist. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Nass mal. So, das, das war's alleine wert. Ja, ja, jeder hat fünf Versuche, später bin ich da oben und, äh, fall runter. Also, bist du schon im Survival? Ja, ich bin im Survival. Dann würde ich mal sagen, drei... Komm, schweigen dich. Hoffentlich. Drei, zwei, eins, los. Ich hab übrigens, unendlich... Aargh! Scheiße, das ist weg. Komm her. Nein! Eins. Ey, ich verpiss dich. Warte, warte, bleib mal. Bleib mal kurz. Ne, bleib stehen bitte. Bleib stehen, ich will was? Oh. Ha, cool. Der macht Sounds, wenn ich dich treffe. Aber nochmal, ich will auch nicht. Ich hab Kopfhörer auf den Lappen. Ja, ich hör das immer auch, ich hab da irgendwas gehört. Ja, das... Wie ne... Klingt wie ne Glocke. Naja, jetzt hau da wieder ab. Nach oben. Nein, das sind viele Pfeile. Okay, zwei. Zwei. Eins, los. Na, komm her. Na, scheiße. Übrigens, ich darf in diesen Kreis nicht rein. Das ist ein Zinter. Boah, fuck. Oh, warte, scheiße. Nein! Ha! Nein, nein, nein! Oh, Mann, Alter! Okay, warte, zwei. Ich glaube, die mehr schäften. Nein, das wollte ich nicht mehr. Warte, halt! Warte. Wiederholung. Mach dir mal Feuer in die scheiß Pfeile rein und dann mach auf Nacht. Warum? Das sieht besser aus. Okay, weiter. Mann, du bist oben. Jetzt geh du mal da hoch. Gib mir deinen scheiß Bogen und geh du da hoch. Ja, gefährlich, scheiße. Warte mal, ich pack mein Zeugs in die Kiste. Okay, warte. Ich bin jetzt hier oben. Und andere Finkel von uns zu schiffen. Darf ich cappen? Nein! Ey! Nein! Oh, Mann! Ich muss erst mal klar... Ey! Was soll das? Das kannst du nicht bringen. Du kannst das besser als ich, ne? Okay, los. Wow! Wow! Scheiße! Ich höre nur die scheiß Pfeile, die da in mir immer einschlafen. Was soll das? Nein! 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 Oh! So viele Pfeile! Okay! Das war der Erste. Okay! Ich geh in den Ersten hin vorbei. Aber ich, der war's nicht. Schluss! Ich glaub, da hinten fliegt. Wo bist du? Ich geh nach Scheiße, ich springe einfach rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast mich perfekt getroffen, als ich gesprungen bin. Oh Gott. Zwei. André kann es sehen. Los. Oh, beim Lachen rucke ich mit der Maus. Okay, jetzt gehe ich wieder rein. Okay, gib mir mal einen scheiß Bogen. Dann. Was, du bist ein bisschen creative. Oh scheiße. Ja, gib mir einen Bogen. Okay. Da. Und den Einfall. Ich habe keinen mehr. Ich habe nie einen Pfeil gekriegt. Ach so, weil du irgendwie im creative bist. Okay, drei. Oh Gott. Zwei. Eins. Nein. Scheiße. Der Zweiter wäre echt so krass gut, ey. Aber was ist ja damit witziger, ich stelle mich genau in die Mitte. Los. Ich habe nicht mal das Inventar weggemacht, du und sonst. Ich habe auch losgesagt. Ja. Nein. So. Springen wir. In drei, zwei, eins. So. Du kommst eh über den Zaun rüber. Nein. Du magst nicht bewegende Ziele, ne? Witzig. Drei. Nein. Zwei. Eins. Los. Tja. Ich bin der Gelber. Au. Scheiße. Kannst du mal aufheben? Oh Gott. Selbst runter zu fallen. Okay, einer geht noch. Warte. Warte. Ich habe jetzt. Und? Ich habe einfach. Mann, du bist dämlich. Halt die Bress. Okay. Schieß dich mal ab. In drei. Warte, ich stelle mich hin. Ey. Zwei. Ich fang ihn. Was machst du? Mann, wir machen Scheiße. Matrix. Ja, ich gehe wieder hoch. Ja, gib mir den Bogen. Der liegt hier. Jetzt fang ihn hoch. Mann. Ich bin eh. Los. Oh Gott. Oh Gott. Was? Geht das los wie ein Back-Obs hier? Ne, die Logik hier ist noch verstanden. Black-Obs. Pick das, pick das, pick das, pick das. Na, 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 na. Oh Scheiße. Boah. Oh Gott. Ich kann es mal... Film mal. Los. Oh Mann, ich bin aber auch dämlich. Ja. Keine Binderäle. Tja. Oh. Du hast mich gerade gerettet. Du bist auf die andere... ich glaube ich werde nie durch den Stern ich war das noch einmal hoch Lass Nein Oh Mann Oh Mann ey das ist mal kacke der springt irgendwie immer anderthalb zu bald die gelene den Eintritt der größte Wänzer KOP im Gesicht Guck mal alles klar Ja, damit verabschieden wir uns von dieser Folge nenn' ich AHH, Lichser! Ja, wie gesagt, damit verabschieden wir uns mit dem, was wie auch immer man das nennen soll. Ja, genau. Ich bin über die Zeige gesprungen. Danke! Ja, ich pack dahinter noch in, ne witzige Musik. Damit halt nix cool noch genau. Guck mal, das können wir aufmachen, nur auf den Schatten springen. Auf welchen Schatten? Das war's. Ciao!